Hallo und herzlich willkommen heute zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks und heute seht ihr den 10er FV215b, hier den Heavy Tank und natürlich ist er top tier in einem 10er, 9er, 8er Gefecht, also von ihm her muss man sagen alles gut gelaufen, gerade das Life Oaks in der Standardausführung. Und eine Besonderheit seht ihr heute natürlich und zwar, dass das ganze Vanilla ist. Das hat zwei Gründe, zum einen hatte ich immer kleine Ruckler zuletzt mit Mods, das hat mich ein bisschen genervt, deswegen habe ich die deaktiviert, außerdem, da ich eh kein XVM nutze, weil mir das ein bisschen den Spaß raub, beziehungsweise auch die Zuschauer immer drauf geachtet haben, habe ich mir gedacht, okay, Vanilla ist eigentlich mittlerweile eh ganz stimmig, weil man hat hier auf der Minimap ziemlich genau das, was ich eh haben will. Man hat Zoom in, Zoom out, also die wichtigsten Sachen hat man jetzt sowieso im Spiel mittlerweile und ja, deswegen, sage ich mal, bis auf den Damage Count, also damit meine ich nicht mal das, was ich erhalten habe, sondern das, was ich gemacht hätte oder habe, aber sonst ist alles mittlerweile im Spiel drin, also von dem her, glaube ich, wird es jetzt in Zukunft ein bisschen vanilliger. Jetzt schauen wir mal, was er hier machen kann mit seinem FV, vielleicht natürlich werden wir gerade noch fährt, 259 Durchschlag mit Normal und die Premiumgranate 326 Durchschlag und hier der CDC bekommt schon direkt den ersten Treffer auf die Rübe. Schöner Panzer eigentlich. Die Markierungen beweisen, dass er den Panzer wohl nicht das erste Mal spielt. Was ich gerade an dem Panzer besonders gut finde, ist die Kanone, weil die eimt sehr schnell ein, die ist recht genau, hat jetzt nicht den höchsten Alpha im Spiel, ohne Frage, aber guter Reload und eben sehr genau und das ist für einen Heavy vielleicht gar nicht so gewöhnlich. Und macht ihn so ein bisschen zu einem kleinen Geheimtipp, hier repariert er jetzt die Kette nicht, hat er gesehen. Ja, der 110er fahrt jetzt zurück und jetzt wird der T-44 da Volley genommen. Hinten geht die Art hier auf, das ist natürlich ein Ziel, das sollte man schnell gehen. Ah, da ging der Snapshot leider daneben. Aber wird schon zerstört. Da hinten ist jetzt auch ein SV, aber der schon AFK zu sein. Aber achtet mal auf den Aimkreis, wie schnell der immer zusammen geht und wie genau die Kanone ist. Das ist schon wirklich sensationell. So, auch der ist zerstört. Also den Schaden, den er hier raushaut in kürzester Zeit, ist schon wirklich ordentlich. Der FCM dürfte eigentlich auch eine verpasst bekommen. Und hier, 110er, jetzt final zerstört. Isu. Na, da prallt er lediglich ab. Kriegt hier einen Treffer, aber der war gar nicht so markerschütternd. Da jetzt ein Tiger 2 offen. Dürft eigentlich auch gleich drauf kommen, wenn er noch ein bisschen über diese Anhöhe fährt. Oder, genau, auf den E4. Und ach, das ist einfach schon sensationell, wie schnell da der Schaden reingeht. Und wie genau das Ding einfach ist. Na, der Tiger steht da doch so, dass er ihn nicht bekommt, aber der T10, das wird ein Ziel sein, wo er drauf kommt. Ja, und auch schon weg. Jetzt haben sie natürlich hier mit dem gesamten Team rumgedrückt. Das ist sehr schnell gegangen. Der Gegner hat sich da ein bisschen zu viel Zeit lassen hier in der Stadt. Und auch der Tiger spürt hier die Kanone eindringlichst. Also die Snapshots. Natürlich ist er mit Premium geschossen, aber die Snapshots funktionieren trotzdem sensationell. Wahnsinn einfach. So, der Zenturion. Auch den bekommt er schön rein. Und, ja, da wird er zerstört. Der T30 hat auch keine schlechte Kanone prallt hier ab. Und jetzt haut er ihn raus. Und dann direkt, jetzt geht's weiter. Also der Reload zusammen mit der Genauigkeit, die Kanone ist einfach fantastisch. Die T30 ärgert sich hier wegen dem Nutzen der Premium-Munition. Man muss aber auch sagen, er hätte ihn so oder so locker weg gemacht in dem Winkel. Also, es ist echt scheißegal, was der FV hier schießt. Er hat ja gar nichts anderes mehr. Der hat recht wenig normale Granaten dabei. Aber am Ende des Tages geht er noch mit dem Plus nach Hause. Also von dem her soll er schießen. So viel und so, wie er lustig ist. Schöne Einlage hier vom CDC. Kleiner Jump. Und nun gibt's noch Ärger für den IS-7. Naja, erstmal für die CDC. Und auch der kommt einer ab und wird durch den Rheinmetall-Fidal zerstört. Ja, das war's dann schon direkt. Wir haben eine sensationelle Runde gesehen mit über 9000 Schaden. Und das ist wirklich kürzester Zeit. Also, muss man sagen, toller Panzer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Ekaramba. Ich hoffe, es hat euch gefallen.